Hallo Leute und willkommen zurück zu Golf with your friends mit Chris. Servul. Ja, heute zeigen wir euch mal die Haunted Map. Ich erinnere mich vage, dass da irgendwas gar nicht gut war. Also wir haben da beide ziemlich rumgesackt. Ja. Mit der Ziege, dem Gorilla. Laden? Hallo? Hm, will grad nichts. Schon drin? Nein. Ich auch nicht. Waiting for players to see. Aha. Okay, dann let's do it. So verkehrt war das ja gar nicht. Ein paar. Ist so ein solider Start. Jo. Du 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 du. Äh. Okay. Was ist das? Ah, nicht reingeschafft. Schade. Oh Gott. Ich bleib genau vor der Wand. Ja, ich auch noch fast. Ich hatte zum Glück noch so viel Abstand, dass ich soeben reinkam. Ne, ich nicht. Ah. Aus dem Loch getitscht. Ja, an der Fahne. An der Fahne. Sollte er hinhauen. Ah, Mist. Kleckern bei uns nicht mit Ruhm gerade. Naja. Geht aber noch. Könnte schlimmer sein. Äh, was war das? Äh? Ich habe nicht den Hauch, keine Ahnung. Naja, ne. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wo die Fahne ist. Da rechts. Da rechts. Oder doch mittig. Doch hier mittig die. Wo ich natürlich nicht hinkomme. Ich auch nicht. Ich bin davor irgendwo gelandet. Oh, Hilfe. Ja. Na ja, Double Buggy. Nicht so genauscht. Hm. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen. Oh. Ja, aber auch nur, weil du den jetzt vergeigt hast. Sonst nicht so gleich viel. Mhm. Ach so. Krass. Hm. Hä? Ah. Wann springen. Ja, okay. Ah, I see. Ah, fast drin. Fuck. Ich war fast drin. Im zweiten. Oh. Ich hab ein Birdie. Ach, ja. Aha. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich erinnere mich. Pechers, nimm dich das Ding mit. Darf ich hier liegen bleiben oder nicht? Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Bin drin. Oh, jetzt bist du genau... Nee. Bist genau im Weg von dem... Ich möchte gerne einen Rollator, oder? Ach, der Ball. Ach, Gott. Ja, das war das mit Geist. Bösser Geist. Guter Geist. Eieieieieie. Ja, das war vorbei. Ach, Mann. Ah. Wow. Brauchst einen neuen Schreibtisch. Nice. Alter Schwede, ich vergeig hier so hart. Hm, ja, gerade irgendwie. Ich seh nix. Das ist mein Problem. Ich kann nur erahnen, wo ich hin schlage. Zoom ran. Nee, bringt ja nix, weil der scheiß Table ist im Weg. Ich konnte gerade durch den Table zoomen. Äh... Ah, schade. Hat nicht geklappt. Oh. Nice. Ja, das wollte ich auch versuchen, aber hat nicht ganz geklappt. Oh, ich titsche zu kurz. Oh, ich titsche zu kurz. Oh, okay. Oder kann er da hin. Oder fast. Ist das ein paar Fünfer? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich. So wie das aussieht. Ah, knapp daneben. Oh, wow. Bin drin. Ah, hier gewinnst du jetzt das Haus hoch. Langsam. Nichts genau an der Ecke. Ich weiß. Hm. Ist aber bei mir fast so, wie er rausspringen würde. Ja. Dieses... ...Glitsche... ...von dem Ball. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Echt. Ich spring über die... ...Zielscheiben drüber. Der Hammer. Hm. Das gibt's doch nicht. Also hier ist es definitiv nicht meine. Ich merke das. Du, 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 du. Ach, der wird mit der Ziege, ne? Och Gott, ja. Heiß. Das war zu fest. Oh, ja. Aber du bist durchgekommen irgendwie. Ja, ich bin aber hinten über die Bahn. Das hat mir also jetzt gar nichts gebracht. Na, komm schon. Oh. Danke. Danke. Oh Gott. Oh, Gott. Ach, Gottchen. Ja. Ich erinnere mich. Ja. Ich bin nicht durchgekommen. Ach, da hinten geht's ja auch noch mal durch. Äh. Was? Okay. Okay. Nee. Nee. Ich bin gerade echt schlecht. Nee. Ich bin gerade echt schlecht. ich bin sogar noch einen besser das hätte ich jetzt nicht gedacht ach gott egal ja ich komme mal wieder zurück ja ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube das war zu schwach küsst mir doch die füße oh ich treffe jedes mal ein brett ich treffe jedes mal das brett ich glitsche irgendwo jetzt im zweiten regal hinten rum oh mann hat zurückgesprungen und zwar so sauber dass er wieder auf die bahn ist das gibt es nicht ich habe auch noch zu unvermögen kommt jetzt auch noch pech hinzu ich schaue jetzt meine zwölf schräger durch und gut ist so habe ich gerade auch gemacht hinten ging es andere egal ob er wieder leidt und reinkommen die er ja genau den Kessel na ach du bist ein Blödemone Ich hab da nichts auch vorbei. Ah, man, nur ein bogey. Wow. Äh, ach ja. Was, der Hölle, wo bin ich denn jetzt hier rumgesprungen? Äh, ja. Ich krieg den Winkel nicht mehr. Oh, gerade so. Eieieiei, jetzt schon fast 100 Schläger. Hm, jo. Ja, so fest. Ja, mal direkt. Nein! Oh, ich komm nicht hoch. Ah, jetzt. Bogey. Äh, da bin ich diesmal mal schlechter. Bleib stehen. Schön. Da bin ich diesmal schlechter. Oh Gott, ich hab nur 19 Abstand. Muss hier aufpassen. Weee. Was. Homer. Ja. Ja. Ja auch. ich gehe jetzt Doppel-Boogie Boogie He 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 Ah, jetzt kommt, jetzt könnte ich der Hölle zufrieren, ich würde nicht mehr gewinnen Ah, ja, da war ja was Nose, das wird zu fest Nobody knows Nein, nein, äh Ooooooh Echt jetzt? Ich bin so'n Arsch-Birdie Äh, Pa Mist Meine Siegespräne wird der Besserse Nein, schon hat neun Auf allen Dingen wie Ich hab ne Errungenschaft freigeschaltet Ich auch Ich auch Keine Ahnung Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid, macht's gut, ciao, ciao Servus